Flut oder Stahl? Literaturessay zur Neuausgabe der Menno-Fantasien von Klaus Teveleit von Sebastian Winter. Quelle www.soziopolis.de Gesellschaft beobachten Die Lektüre von Klaus Teveleits Menno-Fantasien, das im vergangenen Jahr bei Mathes und Seitz mit einem langen Nachwort des Autors neu aufgelegt wurde, ist ein einschneidendes Erlebnis, ein über 1000 Seiten langer Blick in einen Abgrund, der zurückblickt. Ausgehend von der autobiografischen Literatur, die Freikorpssoldaten der Zwischenkriegszeit verfassten, entwickelt Teveleit hier ein Modell der psychischen und leiblichen Struktur soldatischer Männlichkeit. Dazu greift er auf verschiedene psychoanalytische Ansätze, unter anderem von Margaret Malo, Wilhelm Reich und Gilles Deleuze und Félix Guadari, sowie auf die Theorien von Michel Foucault und Norbert Elias zurück. Das so entwickelte Modell begreift den soldatischen Mann als Endpunkt einer zivilisationsgeschichtlichen Entwicklung, die in einer zunehmenden Verpanzerung des Leibes besteht, einer panischen Abwehr gegen das verführerische, auflösende, die Selbstdisziplin untergrabende, weibliche Fluten der unbewussten Wunschmaschine. Von dem Motto, nicht zu Ende geboren, von Vater und militärischem Drill ins Leben geprügelt, benötigen die soldatischen Männer die starre Ordnung von Gemeinschaften wie der Truppe oder dem Volk, in die sie sich einfügen können und die ihrem Leib vor der psychotischen Fragmentierung bewahren. Panisch und Mordlüstern verlaufen ihre Begegnungen mit der bedrohlichen Weiblichkeit. Alle Frauen werden entlebendigt als asexuelle, verehrte, weisse Frau oder aber als vergewaltigte, ermordete, zu Brei zerstampfte, rote Frau. Die Dissertation war ein publizistischer Riesenerfolg. In der linken Szene heisst debattiert, endlich eine radikale Männlichkeitskritik oder bloß eine psychologisierende Ablenkung von den materiellen Ursachen des Faschismus und in der liberal-bürgerlichen Presse wohlwollend besprochen, verkaufte das Buch sich hunderttausendfach und wurde mehrfach neu aufgelegt. Übersetzungen liegen in neun Sprachen vor. Sein Buch machte Teweleit über Nacht bekannt. Doch welchen Einfluss hatte es in der Akademie? Ob Margarete Stokowski oder Sibylle Berg, Elfriede Jelinek oder Jonathan Littell, es sind bis heute in erster Linie KünstlerInnen, JournalistInnen und öffentliche Intellektuelle, die sich mit Teweleit auseinandersetzen. Die zahlreichen Interviews, die mit ihm geführt wurden, gerade in letzter Zeit zum Terrorismus, sowie anlässlich des 40. Jahrestags der Männophantasien, bezeugen das. Zwar haben auch junge FeministInnen ihn in den letzten Jahren wiederentdeckt, die Akademie aber tut sich bis heute schwer damit, die Bücher zu rezipieren. Nur wenige Angehörige der HistorikerInnen zunft, haben sich von ihm inspirieren lassen. Unter den Ausnahmen sind allerdings VertreterInnen wichtige neue Perspektiven wie Lutz Nithammer, Sven Reichardt oder weniger Teweleit explizit diskutierend als mehr implizit von ihm angeregt, Peto Longerich. In der Soziologie, der Sozialpsychologie und den Kulturwissenschaften ist Teweleit kaum sichtbarer und selbst in den Gender Studies und der kritischen Männlichkeitsforschung gehört der Text keineswegs zum Kanon. Eheu ist er ein Geheimtipp, der seltsam quer zum Üblichen liegt. Die Wahrung einer gewissen Distanz geht aber auch von der anderen Seite aus. Trotz seiner anhaltenden Beschäftigung mit tagesaktuellen Ereignissen ist bei Teweleit nur wenig von einem Austausch mit neueren Forschungen und weiterentwickelten Theorien zu bemerken. Das für die Neuausgabe der Männophantasien verfasste Nachwort ist, ebenso wie das Lachen der Täter, Teweleits Buch von 2015, das als Perspektive der Männophantasien auf islamistischen und rechten Terrorismus, den Genozid an den Tutsi und andere Gräueltaten blickt, weitgehend unberührt von den aktuellen Debatten um psychoanalytische Triebkonzepte, leibphänomenologische Perspektiven, Effective und Body Turns in den Sozialwissenschaften, die neue Gewaltsoziologie. Viele von diesen Entwicklungen hatte Teweleit bereits vorweggenommen und viel könnten die neueren Ansätze noch von ihm lernen, doch das gilt eben auch umgekehrt. Die Männophantasien sind ein erratischer Block in der Wissenschaftslandschaft und repräsentieren letztlich eine doch recht männliche Position. Im Folgenden werde ich mehrere Aspekte des Buches ansprechen, an denen deutlich wird, wie diese souveräne und isolierte Position durch Begegnungen und Vermischungen irritiert werden kann. 1. Teweleit demaskiert die abgeklärte Wertneutralität der Wissenschaft, indem er ihr seine eigene Empörung entgegensetzt, ob durch das Ignorieren der akademischen Gepflogenheiten bezüglich der formalen Gestaltung einer Dissertation in den Männophantasien oder mittels der scharfen Kritik an der faktisch-zynischen Unangerührtheit des Stils, mit dem Harald Weltsu und Sönke Neitzel über die menschenverachtende Sprache der Wehrmachtssoldaten schreiben, im Lachen der Täter. Teweleit weist auf den untergründigen, affektiven Gehalt von Angst, Abwehr und Aggression in scheinbar nüchternen wissenschaftlichen Beschreibungen hin. Diese Ebene von reflexive Wissenschaftsselbstkritik hat in den affektiv hochkonfliktuösen Forschungen zum Nationalsozialismus, zu Gewalt und Männlichkeiten noch immer eine viel zu leise Stimme. 2. Stil und Inhalt sind bei Teweleit untrennbar und verschwimmen zwischen Kunst und Wissenschaft. Um die Lebenswelten nicht faschistischer Männung nachvollziehbar zu machen, ist deren abstrakte Darstellung unzureichend. Sie muss sinnlich erlebbar werden. Ausufende Zitatsammlungen um der assoziativ-collagenartige, vorwegene, aber argumentativ genaue Stil dienen dieser Erlebarmachung ebenso wie die zahlreichen Bilder aus unterschiedlichsten Genres, die nicht den Text illustrieren, sondern eine assoziierte, Parallelerzählung bilden. Die Männerfantasien folgen in der Alternativszene der 70er Jahre etablierten Ausdrucksformen und sind ein sowohl intellektuelles als auch ästhetisches Erlebnis. Die dadurch noch gesteigerte, dichte Beschreibung macht einen grossen Teil der Faszination von Teweleits Werk aus. Man kann sich ihr nicht intellektualisierend entziehen. 3. In den Männerfantasien ist ein bestimmter Blick auf den Gegenstand erprobt worden, der heute unter dem Label Strong Reflexivity firmiert und beispielsweise in Autoretographie und Tiefenhermeneutik zum Tragen kommt. 4. Das eigene, subjektive und affektive Erleben wird nicht als Störfaktor aus dem Erkenntnisprozess zu eliminieren versucht, auch nicht bloß wahrgenommen und reflektiert, um seinen möglichen Bias-Einfluss abzuschwächen, sondern es wird selbst zum Erkenntnisinstrument ganz eigener Art. 5. Die affektive Reaktion auf das Forschungsobjekt lässt uns etwas von diesem spüren und begreifen. Zitat Teweleit Zitat Ende 4. Die Männerfantasien stehen inhaltlich und stilistisch in scharfem Kontrast zu den derzeitigen Gepflogenheiten in der Geschlechterforschung. Statt das Buch mit Trigowarnungen zu versehen, legt Teweleit eine schonungslose und schmerzende Härte an den Tag, die mit der männlichen Gewalt und dem Hass konfrontiert. Statt dem schönen Schein von Pluralisierungen und bunten Identitätsblumenwiesen anheimzufallen, löchtet er die traumatisierenden Abgründe des Geschlechterdualismus aus. Ähnlich wie in der neuen Gewaltsoziologie ist die phänomenologische genaue Beschreibung der Gewalt für Teweleit notwendiger Ausgangspunkt des Nachdenkens über sie. 5. Zitat Teweleit Was den Körpern der Menschen wirklich geschehen ist, was sie gefühlt haben, hat die Historiker bisher nicht interessiert. Zitat Ende Schrieb Teweleit im Jahr 1977 und war damit ein Pionier der Körpergeschichte. Barbara Dudens Geschichte unter der Haut erschien erst 10 Jahre später. Die Beschäftigung mit der Leibphänomenologie aus geschlechterkritischen Perspektive war noch in weitem Ferne. Mittlerweile aber hat die Forschung zu Leibern und Gefühlen sogar modische Turns hervorgebracht. Body Turn und Effective Turn untersuchen die konservativen und progressiven Kräfte des Leibes. Die konfliktreiche Gewordenheit der zweiten Natur jenseits des Denkens. Teweleit wird in dieser Diskussion nicht rezipiert. Die Männerfantasien nahmen in vielerlei Hinsicht wissenschaftliche Entwicklungen vorweg und sind jetzt, wo die behandelnden Fragen vor einem anderen historischen, politischen und theoretischen Hintergrund wieder virulent werden, weitgehend vergessen. Es ist zu wünschen, dass die Neuauflage bei Mattes und Seitz ihre Wieder- und Neuentdeckung fördert, in dieser Zeit von Antigenderismus, Insels, rechtsextremem Terror und weltweiter Durchsetzung autoritärer Politikformen, aber auch von MeToo und Protesten gegen Femizide. Die Re-Lektüre der Männerfantasien sollte freilich eine kritische sein. Teweleits Überlegungen sollten weiterentwickelt werden. Hierzu will ich im Folgenden eine Anregung geben. 6. In den Männerfantasien kommt der Antisemitismus kaum vor. Lediglich an wenigen Stellen tauchen JüdInnen als noch einmal gesteigertes Feindbild der Freikorpssoldaten auf. Ähnlich wie die Hexe verkörperten sie demnach die bedrohliche Weiblichkeit in besonders teuflischer Form. Auch wenn diese Beschreibung zutreffen mag, ist damit noch lange nicht das ganze Bestiarium des Antisemitismus erfasst. Der Antisemitismus ist keine Unterform von Frauenfeindschaft, sowie auch seine Herrschaftsform nicht nur eine Extremform des Patriarchats ist. Der Antisemitismus verhält sich zur Geschlechterordnung komplexer. Mit der Prämisse, alle Feindschaft sei letztlich misogyne Feindschaft gegen den freiflutenden Leib, lässt sich das antisemitische Stereotyp des verkopften, intellektuellen, abstrakt entfremdeten Stubenhokkus schwer fassen. Moishe Poston hat über Tebeleit geschrieben, Zitat Poston, Seine Schwäche liegt in dem Versuch, den Narzissmus in diesen Termini zu begreifen, das heisst als Resultat des Patriarchats. Die These ist mehr als fraglich. Erstens, soweit eine Beziehung zwischen Patriarchat und Narzissmus besteht, bedeutet dies keineswegs eine Identität. Im Gegenteil, die wohlbekannten Fotos bartloser junger Nazis, die sadistisch lächeln, während sie älteren jüdischen Männern die Bärte ausreissen, scheinen auf psychologischer Ebene einen Hass auf das Patriarchat anzudeuten. Zitat Ende. Tebeleit entgeht so eines der zentralsten Spezifika der deutschen völkischen Bewegung und des Nationalsozialismus. Er verallgemeinert in der Folge seine Beobachtungen und stellt fest, dass sein Untersuchungsgegenstand, Zitat Tebeleit, nicht nur eine deutsch-faschistische, sondern eine fascho-universelle Struktur soldatisch-männlicher Körperlichkeit, Zitat Ende, sei. Siebtens. Mit dieser Tendenz zur Verallgemeinerung zusammen hängt auch Tebeleits Nicht-Auseinandersetzung mit TäterInnen. Seine Zurückhaltung über Frauen und Weiblichkeit zu schreiben, weil Männer das lange genug von oben herab getan haben, ist richtig. Aber zuzuhören, was FeministInnen zu diesem Thema zu sagen haben, kann auch die Analyse der Männlichkeit schärfen. Tebeleit war mit seiner Konzentration auf männliche Proto-Nationalsozialisten durchaus Teil des damaligen Forschungsmainstreams. Im HistorikerInnenstreit Anfang der 1990er Jahre wurde aber deutlich, dass die Annahme einer sozialisationsspezifisch weiblichen Friedfertigkeit unangemessen und gerade der Antisemitismus eine geschlechterübergreifende Ideologie ist. 8. Tebeleits Annahme frühkindlicher durch eine spezifische Erziehung bedingter Charakter- und Leibentwicklungen, die dazu führen, dass den Erwachsenen danach, Zitat Tebeleit, nicht viel anderes übrig bleiben kann, als faschistisch oder klinisch manifest irre zu werden, Zitat Ende. Die Attraktivität dieses Paradigmas in den linksliberalen und alternativen Milieus Deutschlands lag in ihrem Potenzial, das diffuse, quälende Empfinden des Nazis in einem zu erklären und auch eine Überwindungsmöglichkeit zu offerieren. Hier mag auch die Erklärung dafür liegen, dass die Menno-Fantasien in den bürgerlich-liberalen Feuilletons durchaus positiv aufgenommen wurden. Barson Brock schrieb 1977 in seiner Rezension für die Zeit, Zitat Brock Die Disposition zum Faschisten wird jeder an sich erkennen, der Kaino ist. Deshalb Kaino ist. Solches uns nachdrücklich ins Gedächtnis zu rufen, gelingt Tebeleit. Zitat Ende. Psychische Entwicklungsstörungen seien die Ursache der Taten, die Täter selbst Opfer ihrer Eltern. Doch psychische Entwicklungen folgen keiner chronologischen Kausalität. Nachträglich werden die Erinnerungsspuren des früheren Erlebens permanent umgearbeitet. Der Panzer muss nicht aus der Kindheit stammen. Er kann auch erst in dem durchlebten Krieg angelegt worden sein. Hierhin gehört auch das Problem, dass Tebeleit kaum unterscheidet zwischen für die Öffentlichkeit niedergeschriebenen Fantasien und der praktischen Realität. Es ist sicherlich hinterfragbar, ob die Tatsache, dass in der von ihm gesichteten Literatur relativ selten von Vergewaltigungen die Rede ist, bedeutet, dass Vergewaltigungen durch Freikorpssoldaten tatsächlich eher selten vorkamen oder aber, dass es ihnen nachträglich mehr Vergnügen bereitete, über das Morden als über das Vergewaltigen zu schreiben? 9. Ein grundlegendes Problem stellt das psychoanalytische Ablösungsparadigma dar, dem Tebeleit durchgängig verhaftet bleibt. Rolf Pohl, einer der wenigen Männlichkeitsforscher, für die eine Auseinandersetzung mit Tebeleit von Wichtigkeit ist, hat dieses bis heute einflussreiche Paradigma kritisch beschrieben. Es wird von einer primären Mutter-Kind-Symbiose ausgegangen, bei Tebeleit mit Bezug auf Maret Malo, aus der sich das Kind in einem konfliktreichen Prozess herauslösen muss, um eine autonome Subjektivität zu entwickeln. Diese Vorstellung ist ein geschlechterkonservativer Mythos. Die ursprüngliche weibliche Verschmelzung und die folgende männliche Ablösung sind nachträgliche Fantasien, also Folgen, nicht Vorläufe der Geschlechterdifferenzierung. Tebeleit aber bleibt diesem Paradigma unbeirrt verhaftet und macht die Diagnose, die Freikorpssoldaten seien von der Mutter nicht zu Ende geboren und vom Vater ins Leben geprügelt worden, zur faschistischen Variante einer nur prekär gelungenen Ablösung. Er schlägt damit in dieselbe Kerbe wie die aktuelle männlichkeitsaffirmative Fetodiskussion in der Psychoanalyse, in der die Ablösung als Grundlage einer stabilen männlichen Identität der Jungen apotheorisiert wird. Tebeleit bleibt unter der queer, feministischen und männlichkeitskritischen psychoanalytischen Theoriebildung und ihre Hinterfragung des Ablösungsparadigmas weit zurück und folgt stattdessen zu sehr den Erlebnispfaden der soldatischen Männer, ohne deren Doppelbödigkeit ausreichend zu erkunden. Unverständlich ist, warum er auch im Nachwort zu der Neuausgabe Pol und seine Kritik mit keinem Wort erwähnt. Zehntens, zum Schluss sei die Frage nach der triebtheoretischen Fundierung des Buches aufgeworfen, Tebeleits Bezug auf die vitalistische Wunschmaschine von Schilde Luz und Felix Guattari, auf das leibliche Drängen als formloses, immer überbordendes Wuchen, das in dem männlichen Habitus zwanghaft eingedämmt und eingepanzert wird und explosionsartig und gewalttätig wieder hervorbricht, weist einen ontologisierend reichianischen Zug auf. Wie Wilhelm Reich unterscheidet Tebeleit falsche von richtigen Gefühlen, wobei er falsch sich der Problematik bewusst immerhin in Anführungszeichen schreibt. Zitat Tebeleit Die Masse, d.h. wir alle, leidet aber zunächst an falschen, d.h. pervertierten, ihren Zielen entfremdeten, ins Gegenteil verkehrten Gefühlen, dass die Körper verkrampfen, wo sie Lust empfinden wollen, dass der Schweiß ausbricht statt der Liebe, dass aus der Weichheit des erigierten Gliedes der unbefriedigte Knochen wird und aus dem Wunsch, in den Körper des Anderen einzudringen, eine Tötungsaktion, dass aus der gegenseitigen Berührung zweier Häute, zweier Leibung, nicht Entspannung entsteht, Reinigung und Neugeburt, sondern Spannung, Schmutz und Tod, das ist das Problem. Zitat Ende Entspannung, Reinigung und Neugeburt gleich gut, Spannung, Schmutz und Tod gleich schlecht? So unfreiwillig wie unwillkürlich erinnert die Gegenüberstellung an die Dichotomien der faschistischen Männer. Was ist mir deren Enthemmung im Lustmord, wenn ihre, Zitat Tebeleit, Flüsse beginnen zu fliessen? Zitat Ende Warum ist sie ein falsches Gefühl? Das Problem findet seinen deutlichsten Ausdruck, wenn Tebeleit zu klären versucht, ob die von ihm beschriebene Gewalt eine sexuelle oder eine antisexuelle ist, ob sie also eine Triebbefriedigung darstellt oder deren Abwehr und mit dieser Unterscheidung scheitert. Zitat Tebeleit Doch dann, Zitat Tebeleit, woher die Erektion im Tötungsvorgang? Zitat Ende Mit Elyse und Guadari oder auch Reich als triebtheoretische Grundlage, die nur Fluten, Dämme und Dammbrüche kennen, lässt sich hier nicht gut weiterdenken. Wieso kann dieselbe Energie Entgegengesetztes bewirken? Wie funktioniert die Umwandlung von Sexualität in Gewalt? Pols Konzept des Sexualitätsdilemmas, dem Ineinander des Wunsches nach dem Objekt und nach dessen Verschwinden kann dagegen helfen, die Konfliktuosität des Triebes und die Legierung von Sexualität und Aggression, von Lust, Angst und Hass unter dem Vorzeichen männlicher Herrschaft besser zu verstehen. Dagmar Herzog, die Tebeleitsbuch in schuldabwehrende deutsche Diskurse einordnet, in welchen Libu über Sexualität, Sexismus und Erziehung, als über Antisemitismus, Auschwitz und Schuld geredet wird, hat auf Tebeleits Neigung zum Outmatchering der konservativ verkrampften Kollegen und langweiligen Genossen hingewiesen. Hinter der autobiografische Wunden enthüllenden Selbstkritik, hinter der Wut auf die, Zitat Tebeleit, »Zwangsneurotischen Gesetze des universitären Formulierens«, um die, Zitat Tebeleit, »Dominanz der adornitischen Rechthaberwährung aus der Bankenzentrale am Main«, »Zitat Ende«, scheint ein Demutsstolz hervor, gereinigt von der faschistischen Männlichkeit, der auch einem mittelalterlichen Mönch gut gestanden hätte, und der Tebeleit den Vorwurf der Arroganz eingetragen hat. Ein in der Konsequenz sogar antifeministischer Unterton zeigt sich, wenn Tebeleit über die Überwindung des hierarchischen Geschlechterverhältnisses schreibt, Zitat Tebeleit, »Der Widerspruch scheint also weniger durch Geschlechterkampf lösbar, eher durch die Lust an der Erzeugung von Situationen, die die menschlichen Orgasmen ermöglichen,«, Zitat Ende. Neben der autoritären Zwanghaftigkeit der Kollegen scheint sein eigenes Schreiben und Denken frei und verheißungsvoll. Tebeleit als Rockstar. Diese Haltung macht es ihm schwer, in Widersprüchen zu denken. Bei Tebeleit gibt es nur Laibo, ungehemmt, fliessende oder eingepanzerte, keine widersprüchlichen Subjekte in ihren geschlechtlich kodierten Anerkennungs- und Triebkonflikten mit einem vermittelnden Ich. Er vermutet, nur 3% der Männer seien solche in sich zerrissen, neurotischen, von ihm gering geschätzten, bürgerlichen Subjekte. So aber bleibt nur die Alternative, Flut oder Stahl. Und das ist dann doch wieder sehr geschlechterlicher Turm und entspricht lediglich dem, was die faschistischen Männer spüren.